ja und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft für mich ist es nur ein paar stunden später für euch ist ja wie immer zwei tag später ich stehe doch genau da wo wir vorhin aufgehört haben und habe gerade auch für sie ein wasser rausgeschöpft das ja gut wir müssen weil ich habe gerade ein experiment gestartet nämlich dass diese lp aufnahme gerade live im discord sieht und mal gucken wie das funktioniert ich hatte das schon länger mal im kopf ich hab's jetzt heute einfach mal versucht jo ich habe vor allem nicht weiter gequatscht als ich meinte wir versuchen hier die wasserstufe um eins zu erhöhen und genau das versuchen wir jetzt wow ich bin sprachlich so hart begabt krasser shit ne ich werde auch hier den diesen überhang hier weg machen jetzt wird es halt leider ein bisschen dunkel und ich lande im wasser bei dem wasser ich bin mir mal ich bin mir nur einfach mal mir auch ein bisschen schlafen wir machen auch nachher gleich mit also wir machen ja das wasser gerade damit wir energie wohnen können ja natürlich macht sinn man glaubt gar nichts in zwei stunden her dass ich das mal microsoft aufgenommen hat wieder raus oder sollte ich erst das hier oben weg machen ich habe keine schaufel ich mache weiter du bist dezent im b ich habe einen Mann so Lass mich hier raus. Okay, wie schaffe ich es jetzt, dass das da weg geht, nehme ich da hinten am Besten. Lass mich doch da jetzt... Ach nö, der eine Ding da. Der da aus welchem Grund auch immer ist. Weil ich da vorhin was abgeschöpft habe. Ach, Mensch. Okay, aber ich mach mal eine Schaufel. Balla, das guckelt ein bisschen. Ähm, Quatsch. Äh, hab ich noch ein Eisen? Ich hab sogar Eisen gesagt und nichts rüber. Ich hab grad ein bisschen stolz auf mich. So. Da hätten wir eine Schaufel. So, dann machen wir jetzt... Das hier weg. Hochhalle. So. Ich hab ja heute weiter geübt im Terraformel, ne. Mach ich ja nie. So. So. Da auch noch. Ich muss leider alle Erde mitnehmen. Weil... Ich will hier keine Erde sonst haben. Also wir haben eh schon keine mehr wegen dem ganzen... Das da. So, dann muss ich leider dieses Stück Erde hier mitnehmen. Ich überleg grad... Lass mich mal hier hoch. Weil das wär ja hier. Das heißt, ich müsste das hier mit Erde auffüllen. Also so viel Erde hab ich doch im Leben nicht. Weil das führt ja logischerweise da dran vorbei. Das Wasser. Hoppala. Oh, das war's. Okay. Warte, dann nehm ich das hier. Pack's da hin. Das Wasser geht hier ja quasi runter. Das da muss auf alle Fälle weg. Wo hab ich denn meine Schaufel? Da. Mit der Schaufel? Ja. Ich lass' das... Das ist unzimmig hier. Ich geh mal das... Waterwheel machen. Ja, schmeiß die Schaufel weg. Oh Scheiße, Entschuldigung, dafür brauche ich diesen Treat and Stick. Ach Kacke, stimmt, da war ja was. Kacke. Wie heißt denn das? Mist. Schöne Idee. Aber ich brauche dafür halt Kreosote-Oil-Ding. Damit komme ich nicht weiter. Shidi, mit was kann ich... Wie heißt denn dieser andere Energie-Ding, mit dem ich einfach so Energie machen kann? Ich habe leider den Namen vergessen. Ach Kacke. Das habe ich ja voll vergessen, dass ich den brauche. Okay, ich blätter gerade in meinem klugen Buch. Ob ich vielleicht irgendwie eine andere Energie-Möglichkeit herkriege. Die schwere Maschinen brauche ich nicht. Das ist schon vorher going. Die haben doch sicherlich auch... Das braucht jede Maschine Plastik. Du brauchst Energie. Kacke. Ähm. Danke Buch. Ich weiß selber, dass ich Energie brauche. Gibt es nicht hier irgendwie... Oh mein Gott, ich habe dich umzublättern. Foto... Vielleicht kriege ich die hin. Vielleicht kriege ich die hin. Was soll das denn? Wie heißt denn dieser blöde... Diese blöde Maschine? Jaja, das ist was zum Pflanzen. Aber ich habe doch irgendein... Ähm. Energie. Ab 115 geht es los. Wie heißt der denn? Heißt der Generator oder so? Habe ich auf aufnehmen gedrückt? Generator. Ist das nicht... Sterling Generator? Ich würde gerade sagen, irgendwie... Sterling. Sterling, Sterling, Sterling. Simples Sterling Generator. Der entzeugt ja Energie, ne? Ben Solid Flut. Dark Steel. Ja, ist selbstverständlich Dark Steel. Border Steel. Absidion und Steal. But then... Wird immer besser. Aber der Sterling Generator macht doch dann auch. Das Infinity Beam Metal Gear habe ich doch, oder? Energie herstellen ist irgendwie echt schwer geworden, wenn ich das mal so sagen darf. Lass mich mal da runter. Ist da ein Infinity... Ach Scheiße, nur eins. Da hat auch dieses Infinity Das Block. Ja, das ist ja das, wenn ich das Grains of Infinity kriege ich ja, wenn ich den Enderblock anzünde. Da. Also nicht den Enderblock... Bedrock halt anzünde. Mensch. Wie kriege ich denn jetzt Energie? Ich habe doch nicht mit dem Reaktor angefangen. Kann mir doch keiner erzählen, dass ich mit dem Reaktor angefangen habe. Das geht's doch nicht. Hm. Ich sehe gerade noch mal. Ja. Irgendwo? Ich bin ins Deutsch geworden. Okay, wisst ihr was? Dieses Karosite Oil kommt ja aus... ...ein Coke Oven. Somit machen wir jetzt einfach einen Coke Oven. Okay, ich brauche Coke Bricks. Keine Ahnung, wo ich das Ding hinstelle, aber ich habe das auf alle Fälle mal. Coke Bricks. Wie mache ich denn? Das ist jetzt ungeil. Okay. Okay. Ich brauche nur 27. Easy. Wie viel habe ich denn? Einen Clay habe ich da. Einen? Warum habe ich denn nur einen Clay? Das ist jetzt nicht schön. Okay. Wir müssen Clay suchen gehen. Das ist alles komplizierter als gedacht hier. So, wir gehen erstmal pennen. Dann räumen wir unser... Inventar. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Tomato Seeds. Das war doch auch hier, ne? Ja, gut. Okay. Dann gehe ich damit nach da hinten. Alles drin. Und dann gehe ich mit Gray Wackel Gravel. Weil ich den glaube ich gar nicht drin habe, ne? Habe ich Dolomai drin? Nein. Belastend. So, das ist Basalt Sand. Da ist der ganze Sand runter. Dann... Gray Wackel. Habe ich nicht keinem? Gray Wackel. Tatsache. Gray Wackel. Wo packe ich denn das Glas hin? Auch hier? Neben dem Sand? Jo, ne? Weil... Das ist ein Hürzuglas. Okay. Den Eimer... Packe ich hier rein. Die Blümchen kommen drüben hin. Das Ei kommt oben hin. Das Bett nehme ich mit. Und das Tin kommt dann wieder zurück in die Schmiede. Und dann gehen wir wieder in Richtung Wüste. Weil da gibt es dann sicher auch Sandstone. So. Halt! Okay, das gibt es nicht. Das andere schon. So. Tin, 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 Tin. Tin. Ich brauche wieder die Nuckets davon. So. Genau. Äh... Ich habe eine Schaufel dabei und die Wüste war in welche Richtung? Hier in die Richtung. Da bin ich einmal übers Meer geschippert. Da bin ich einmal übers Meer geschippert. Dafür bräuchte ich mein Boot nochmal. Äh... in den Keller. Da. Boot. Huch. Da bin ich noch. So. Ah, mal schön geradeaus laufen. Mein Boot, glaube ich, geht es auch relativ schnell, dass wir da hinten sind. Weil wir müssen ja gar nichts schnell machen. Wir haben ja easy Zeit, ne? Dann... Hallo, kleine Schweinchen. Oh. 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 Vielen Dank.